Abstand halten? Ganz einfach mit dem Fahrassistenzsystem BMW Driving Assistant Professional mit vielen verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel Abstandsregelung mit Stop & Go Funktion. All diese Funktionen sind individuell einstellbar und halten das von Ihnen gewählte Tempo und den Abstand zum Verkehr vor Ihnen. Hier finden Sie alle Details. Drücken Sie die Taste Fahreinstellungen in der Mittelkonsole. Wählen Sie dann Fahrerassistenz, Fahren, Speed Limit Assistant. Unter Tempolimits können Sie bestimmen, ob Ihr BMW erkannte Geschwindigkeitsbegrenzungen automatisch übernehmen soll. Falls verfügbar, werden auch Kartendaten genutzt, um kommende Tempolimits zu erkennen. Im selben Menü können Sie unter Abstandsregelung weitere Details einstellen. Wählen Sie Abstandssituativ anpassen, wird die Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug je nach Situation automatisch angepasst. Den Abstand bestimmen Sie. Kurz, Mittel oder weit. Je nach Länderausführung können Sie die Funktion Rechtsüberholen vermeiden aktivieren, um ungewolltes Überholen von langsameren Fahrzeugen auf der Autobahn zu verhindern. Mit Wechsel zur Geschwindigkeitsregelung schalten Sie die Abstandsregelung aus. Ihr Fahrzeug hält dann weiterhin das gewählte Tempo, regelt aber nicht mehr den Abstand. Dieser Service spricht für sich. Fassen Sie die Fahrerassistenzsysteme komfortabel mit dem BMW Intelligent Personal Assistant an. Sagen Sie einfach, hey BMW, ändere den Abstand zum Fahrzeug vor mir auf weit. Okay. Schauen Sie auch unsere anderen How-To-Videos an, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Wir haben uns durch unsere Fahrzeug fahren. Vielen Dank.